Hallo und herzlich willkommen zum Things You Stay. Ich spiele heute wieder Heroes of Warcraft und werde die Dinge weiter spielen. Willkommen zurück, es war langweilig ohne euch. Die Solo Instanzen werde ich jetzt weiter spielen. Solo Abenteuer. Und ich werde mal sagen, ich werde jetzt einmal Stop machen und dann die zeigen, wo ich gewonnen habe. Weil letztens hat es ja gar nicht geklappt bei dem Maschinen Club. Also werde ich jetzt das alles ausprobieren. Also bis gleich. So, ich probiere es mal jetzt mit Garaus Schwarz. Packen wir den weg, mit dem können wir nichts anfangen. Benichtet alle Bühne an uns ein. Diese Eier werden euer Untergang sein. Grüß Leib von den Eiernfern. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Das war's. Diese Eier sind wertvoller als ihr glaubt. Hm. Ich weiß das, das ist wertvoll. Ich hab' einen Drachen drauf. Okay. Hey, gotteschön. eure Kräfte holen! Dafür werdet ihr bezahlen! Nein! Gut, das war 3 plus 3 Angriff. Ey, was soll'n das hier? Pinserlich töten! Wollen wir's probieren? Nein! Wollen wir noch ne Runde! 4 Anströmung, Gottesschült! Okay! Dann, wenn wir mal den ausspielen, dann greifen wir mal den. Ey! Nein! Das gibt's doch nicht! Geht nichts an, was musst du noch spielen? Geht nichts an, was musst du noch spielen? Sind wir filmen? Hey, ich will noch zwei Sterne! Ich will den spielen! Und den mich noch angreifen! Hallo, was geht mir jetzt hier los? Stimmt wieder! Scheiß! Internetdecken! Ah, geht doch! So! Oh, ein bisschen! Oh! Es ist nicht so! Oh! Oh! Und da geht's. Oh, yeah. Was ihr wolle? Was ihr wolle? Das erste Opfer. Schließt euch um die Statt. Nicht! Ich rufe da ja jetzt so 4 Stück auf. Dann nimm einen Kontrollier. Gut dann hoffe ich... Ich hab doch fertig gebaut. Und dann habe ich... Lass wir mal weiter. Schließt euch uns an oder startet. Okay. 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 Ich nehme euch unter das Messer. Schauen wir raus. Okay, nur wer ist. Um... Lusang. 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 Starbark X imagination! I seh verfahren eher für die Zaserbark. ein kleiner schmitz das ist kein gut ist ah gut, das war so warm hmmm alle toten schau mal so spielt einen übernehmen die wahrheit ist mein schild ist auch in einem extra wer seid ihr? so, jetzt werden wir gewinnen naja, schlecht auch fügt einen diener für jeden eurer russenpunkte einen schaden zu so 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 das licht beschützt mich wieso jetzt müssen wir eigentlich nichts von gewonnen haben wir dann jetzt den einen kill boah das kann nicht sein ok, nächste runde, haben wir gewonnen? ok, ich fahre aus das ist aber ein ganz schön harter kampf ich werde die Kraft der Pech schwingen in mir ich kämpfe ach, oh mein ich bin nicht doof ich bin nicht doof ich hätte auch schon gewonnen na gut, da habe ich jetzt den gewonnen jetzt mag den rein was jetzt aber so hier und gewonnen endlich habe ich den besiegt mit den Krieger so dann werde ich jetzt nochmal stoppen und beim nächsten weiterschauen so, da bin ich wieder jetzt kommt der nächste Weg nach ich probiere es wieder mit den Krieger es hat ja gerade sehr gut geklappt deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch wieder gut klappt garosch gegen wederstraaas nicht bevor ich endgültig die Kontrolle verliere sieg oder tot was denn das? ist vertrafen? ne, oder? jeder Spieler zieht 2k ach so so die Wut des Schwarzwels pulsiert durch meine Adern was geht's denn? 3 Schaden für deinen Dinger mach ich auch so ok 1,2,3,4,5,6,7,8 eine Karte ist weg und kaputt nein noch mal die Karte legt diesen Apfel auf euren Kopf Zeit für ein bisschen Blut vergießt look da UGA das war AAAAAAAA hm ich hätte auch den benutzen ach ne ich hatte keinen AAAAAAAA meine Hand ist zu vorn nein und wieder einmal weg Zeit für ein bisschen Blut ach boah ich steh nicht aktiviere den mentalkontrollomat TC-130 hey feind look da OGA so ist sein Deck wieder voller Nummer mal genau das war die 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 von die 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 aber es könnte sein dass wir den schaffen ok ok dann den einmal aus jetzt setzen den aus ja ich denke mal nächste runde ja gewonnen gewonnen so ihr habt einen der guten getötet macht euch das etwas traurig noch mal wieder einen stopp und vom nächsten